Sie haben sich entwickelt von Casting zu Casting und jetzt bei der Finalshow auf der Bühne. Man muss bedenken, die sind zwischen 14 und 16 Jahren teilweise alt. Das sind sehr junge, unerfahrene Mädels und wenn sie so eine Performance abliefern bei der Bühne, ist es einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl für uns, auch für die Jury. Deswegen ist es, sie haben sich super entwickelt und ich bin sehr froh über die Entscheidung.